So, ich bin hier jetzt im Wilden Osten, direkt vor der Pyramide und gehe zur guten alten Straßenbahn. Die ist hier bei uns in Hamburg leider nicht mehr und dort nicht schon wieder gibt. So, Tür geht auf. Hier, die Pyramide einmal gezeigt und da hinten ist die gute alte Straßenbahn. Hallo, ich bin es mal wieder mit MeineWelt und ich und ich bin jetzt gerade in Richtung Hauptstadt unterwegs und freue mich schon ganz doll. Nähere Infos kommen. Hallo, ich bin Nicolai Langer und gerade im veganen Restaurant Wildrose in Berlin. Ich bin hellauf begeistert, das hier ist der Inhaber. Wie sind Sie darauf gekommen, dieses Restaurant zu eröffnen? Erzählen Sie doch mal. Das ist vor 15 Jahren geschehen. Oh, so lange schon. Toll. Das war aufgrund, dass mehr Leute interessiert waren für vegetarisches Essen. Und die, leider bin ich nicht der Besitzer, das ist Herr Dr. Sade, der Besitzer und seine Frau. Okay. Und wir haben dieses Projekt eigentlich entwickelt und weitergemacht. Und super, super waren die Leute begeistert auf unsere Gerichte, auf unsere Geschmacken und auf unsere Restaurants. Und deswegen, diese Entwicklung, sind wir dankbar an Herrn Dr. Sade und seine Frau. Ah, okay. Bis jetzt ist es gut. Die Leute sind alle immer noch begeistert. Sie kommen gerne zu uns, wir freuen uns auf jeden. Ja, ich finde es auch super. Und würde ich hier in der Nähe wohnen, dann würde ich auch ganz häufig kommen. Von Hamburg ist es ein bisschen weit. Ja, ganz herzlich. Dank. Und das Restaurant Seerose ist direkt am U-Bahnhof Südstern, da. Und die Adresse ist, weißt du die noch? Wie? Görke Straße 35. Görke? Körte. Körte Straße 38. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Und das war mal wieder meine Welt und ich. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen.